Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Deckguide zum Spiel Hearthstone von mir, Bottom Reaper. Das wird ein Deckguide zum Priester sein, falls irgendwer den groben Überblick nochmal bekommen möchte über die allgemeinen Strategien und allgemeinen Dinge, die ich zu den einzelnen Decks gesagt habe. Der Link ist unten in der Beschreibung zum entsprechenden Video. Ansonsten möchte ich jetzt gerne über den Priester reden. Der Priester ist sehr interessant wegen meiner Meinung nach zwei Dingen. Zum einen ist er, und das durch die Bank hinweg, die Klasse bzw. der Held, der am härtesten im Augenblick in der Beta aufs Gesicht bekommt. Er ist, was viele behaupten, nicht spielbar. Denn er kollidiert mehr oder weniger direkt mit dem tatsächlichen Spielfluss von Hearthstone. Nämlich dem, dass man mehr oder weniger schnell alles töten muss und schnell den Gegner verletzen kann. Das heißt, man muss nicht unbedingt seine sämtlichen Kreaturen kaputt machen, damit man ihn angreifen kann. Und das kollidiert so ein bisschen mit dem Prinzip des Priesters. Ja, das Prinzip des Priesters ist, sich eine gute Verteilung aufzubauen von vielen Kreaturen und diese bei moderaten Schaden immer wieder zu heilen. Dadurch aus verschiedenen Gründen hinweg gewisse Vorteile zu bekommen. Man muss allerdings die Monster nicht angreifen, sodass diese Argumentation ein bisschen wegfällt. Auf der anderen Seite hat er, sobald er einmal angefangen hat und sobald er einmal seine, sag mal, Fülle vollendet hat auf dem Feld, wirklich extrem krassen Schneeball-Effekt. Dann geht nichts mehr down. Und darüber möchte ich reden. Ich werde euch ganz kurz erklären, wieso ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Also, manche der, naja, ich sag mal, der Karten könnt ihr nicht unbedingt reproduzieren, weil das Gewonnene sind aus Boostern. Aber ich versuche einfach mal die Strategie so gut zu erklären, wie es nun geht, ja. Fangen wir gleich einfach mal an. Der Priester zeichnet sich dadurch aus, dass er, was Karten angeht, hauptsächlich solche Dinge hat, wie einem, einer Kreatur, einem Minion, Lebenspunkte zurückzugeben und vor allem den Torn zu geben. Diese beiden Spaces, beziehungsweise diese beiden Effekte sind extrem wichtig und müssen drin sein. Alles, was euch irgendwie heilen kann, vor allem diese Dinge hier, die HP von einem Minion zu verdoppeln. Ich werde aber gleich erklären, wieso ich das nicht mit drin habe. Zusätzlich muss man unbedingt das hier rein theoretisch drin haben. Jedes Mal, wenn eine Karte geheilt wird, bekommt ihr die Möglichkeit, eine Karte zu ziehen. Also jedes Mal, wenn eine Kreatur geheilt wird. Ich werde gleich erklären, wieso ich was mache. Ich werde die wahrscheinlich gleich wieder ins Deck zurück mischen. Ich habe vorhin ein bisschen rum experimentiert. Das ist auf jeden Fall so die grobe Übersicht. Jetzt müssen wir uns folgendes überlegen. Wie funktionieren die meisten Spiele in Hearthstone? Naja, am Anfang klappt man sich mit Kreaturen wie zum Beispiel dem Murloc Raider. Viele benutzen den Raptor und und und. Also möglichst viele kleine. Und danach kommt man eher zu den Großen. Diese Kleinen, die kann man nicht wirklich retten. Da macht es kaum Sinn, denn die haben ein oder zwei HP. Und man hat als klassenspezifischen Spell eben diesen Lesser Heal, der zwei HP wieder zurückgibt. Das heißt, am Anfang sollte man sich nicht allzu sehr auf diese kleinen Kreaturen versteifen, denn mit denen funktioniert die Strategie auch nicht. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier hauptsächlich welche mit 7, 6, 6, 6 und so weiter vollgestopft. Kleine Kreaturen habe ich in der Regel gar nicht, außer solche wie Elvenarch oder solche Wude-Doktoren. Dinge, die wirklich nützlich sind. Aber wirkliche Kreaturen fangen bei mir erst so im 3er, 4er, 5er Bereich an, weil vorher die Strategie einfach nicht funktionieren kann. Ich sollte dennoch so ein paar haben, wie nun mal der Elvenarcher, weil die argumentativ sehr gut sind und irgendwas müsst ihr in den ersten Runden spielen. Der Trick ist, möglichst lange zu überleben, indem man halt die ersten, ich sag mal, 3, 4 Runden irgendwie es schafft, sich im Spiel zu halten. Das funktioniert sehr gut eben durch solche Elvenarcher, die einen Damage machen können. Das funktioniert sehr, sehr gut durch Holy Smite und durch sonstige Dinge. Funktioniert. Divine Spirit und Fate, sobald ihr es auf der Hand bekommt, in den ersten Runden, schmeißt es weg von der Hand. Es wird sowieso wieder in euer Deck zurückgemischt, zurückgeschaffelt. Solche Dinge solltet ihr nicht in der Starthand halten, denn sie bringen euch nichts. Sie funktionieren erst, wenn eure Strategie aufgeht und das ist erst, nachdem ihr so 5er, 6er, 7er draußen habt. Ich rede jetzt mal von den Mana Kosten. Da funktioniert es am besten. Ich persönlich finde, die beste Strategie oder beziehungsweise das Kernkonzept von dieser Klasse, von diesem Helden ist, die Gurubashi Beserker rauszukriegen. Denn jedes Mal, wenn dieser Held oder diese Kreatur Schaden nimmt, bekommt er 3 Angriffspunkte hinzu. Und das Problem am Priester ist, dass man nicht austeilen kann am Anfang. Man ist nur in der Defensive und das widerspricht nun mal dem Hauptprinzip von Half-Down. Aber an dieser Stelle könnt ihr das mal ziemlich gut wenden. Diese Gurubashi Beserker und sämtliche Karten, die ähnlich funktionieren. Ich habe gesehen, Blizzard plant, welche so ähnlich zu machen. Also solltet ihr die Reihen immer wieder mit denen füllen und immer wieder mit Dingen füllen, die euch Spellpower geben. Oder einfach nur irgendeinen Thornt haben, irgendwas, das euch am Leben hält. Aber hauptsächlich die. Und dann könnt ihr anfangen, mit euren Spells den Minions Leben zurückzugeben und 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 und. Wieso habe ich allerdings das hier nicht mit drin? Denn ab einem bestimmten Zeitpunkt, vor allem falls man gegen Klassen kämpft, wie zum Beispiel gegen den Warlock, gegen Jaina Proudmoore und 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 und. Dann haben die einfach Möglichkeiten, Kreaturen zu zerstören. Das heißt, obwohl der Gurubashi Beserker sich perfekt dafür eignet, eigentlich loszulegen und die Strategie eigentlich mal zum, ich sag mal, Ausführen wunderbar ist an dem, so solltet ihr euch nicht nur auf den versteifen. Ihr solltet viele verschiedene haben und nicht so sehr auf dieser Welle fahren, mit einem einzigen Helden oder beziehungsweise einer einzigen Kreatur super stark zu machen. Denn es gibt zu viele Karten von zu vielen Helden, die Fähigkeiten haben, wie verwandeln diese Kreatur in eine 0-1, verwandeln diese Kreatur in eine 1-1, zerstören diese Kreatur, übernehmen diese Kreatur und 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 und. Das heißt, solche Dinge sind zwar cool in der Theorie, aber sobald ihr sowas habt, wie zum Beispiel so ein Border-Fist-Orga und dem dann die Lebenspunkte verdoppelt auf 14, dann sagt der andere, okay gut, scheiß drauf, ich mach den jetzt so einen 1-1 und zerstör den. Falls ihr allerdings nur den spielt, da kann er vielleicht sagen, ne, ob sich das jetzt lohnt, warte ich nicht vielleicht noch später und 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 und. Ich hab rausgefunden, dass diese Karte in der Regel 100% Verschwendung ist. Ihr könnt sie gerne einbauen, aber dadurch versteift ihr euch zu sehr auf eine einzige Kreatur und es sind zwei Kartenslots weg, was meiner Meinung nach extrem viel ist. Es ist, ja, ein 15. Teil, also ist nicht ganz so wenig, falls ihr mal dadurch überlegt. Ansonsten ist diese Strategie ziemlich simpel. Die Klasse verkackt allerdings, wie ich bereits gesagt hab, durch die Bank hinweg gegen fast alles. Ich hab so gut wie gar keine Priester in meinen addlosen Sturnen jetzt im Battle.net gesehen. Und in den ganzen Foren weinen die nur noch rum. Ich kann's verstehen. Deswegen, wie gesagt, nochmal ganz grob zusammengefasst. Sehr, sehr viele sehr, sehr starke Kreaturen reinpacken. Ihr könnt gerne noch ein Cleric mit dazu packen. Ich hab jetzt nur einen drin. Wie gesagt, diese Kreaturen werden in der Regel sofort zerstört. Dinge, die extrem entscheidend sind für eure Strategie, werden in der Regel sofort voneinander kaputt gemacht. Und das macht eigentlich kaum Sinn. Deswegen müsst ihr mal wieder selbst sehen. Hauptsächlich, möglichst viele starke Kreaturen haben. Schwache Kreaturen eher nicht. Die ganzen Spells, falls ihr die bekommt, solche wie Fade, solche wie Divine Spirit, ja Divine Spirit nochmal. Solche Sachen immer erst verschieben. Immer nach hinten schieben, stuckt die weg sofort am Anfang. Holt euch lieber solche Sachen auf die Hand, wie Mind Blast, falls es geht. Die immer behalten, damit ihr am Anfang einen Puffer habt. Denn in den ersten drei, vier Runden werdet ihr eigentlich nur kassieren. Und eure Aufgabe ist da einfach nur im Spiel drin zu bleiben. Also geht es hervorragend, falls ihr zweimal Mind Blast drin habt, euch schon mal 10 Lebenspunkte Vorsprung zu gewähren. Das ist ganz gut. Also wie der Voodoo-Doktor, um Verletzungen zu heilen. Das sind immer ganz nette Dinge. Genau wie der Murloc Raider, einfach nur um irgendwas draußen zu haben. Dies im Sinne, Jungs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr mehr dazu sehen wollt oder Guides zu anderen Helden sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten wäre nett, wenn ihr ein Like oder sowas da lassen würdet. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.